Sie sagten, es ginge um einen simplen Personentransfer. Die haben auf mich gewartet. Was er gewartet hat, war kaum noch menschlich. Er hat das Heck meines Wagens abgerissen. Lassen Sie sich ein Rückgrat wachsen. Dies ist die gefährlichste Zeit in der Geschichte der Menschheit. Es geht um eine internationale Verbrecherorganisation mit einer Atombombe. Sie haben keine Wahl, als zusammenzuarbeiten. Amerika macht gemeinsame Sachen mit Russland. Klingt nicht sehr harmonisch. Lernen Sie sich erst mal kennen. Ich lasse Sie mitkommen. Rein und wieder raus. Kein Chaos. Und morgen früh haben wir das beide vergessen. Das ist nicht die russische Art. Sie sollen Victoria Vinci Guerra überwachen. Sicher schicken wir eine Armee, um uns aufzuhalten. Dann heißen wir Sie angemessen willkommen. Die Mission verlangt, dass wir uns besser kennenlernen. Etwas intimer. Was soll das heißen? Ich mag's, wenn meine Frau stark ist. Lust auf Ringkampf? Hab ich nicht gesagt. Wir sind Cowboys! Kein super Tag für einen super Agenten. Schade, dass ich nicht bleibe und Ihnen den Rest besorge. Ihr Sender hat kein Signal. Wollen Sie es überprüfen? Bitte. Was versuchen Sie da gerade? Mich nicht zu verirren. Sind jetzt alle scharf? Beenden wir es. Das könnte etwas ausarten. Frauenhaft mit Ihnen zu arbeiten, Genosse. Sie sind ein miserabler Spion, Cowboy. Oh, und Sie haben einen neuen Codenamen. Codenamen? Ankel. Manuel. Sie sind mein Haus? Es war haltbar. Ich binasa. Jetzt geht's weiter. Sie sind einfach weiter. Sie sind einfach mit Ihnen zu arbeiten.